Ich denke, dass Sie mal genauer auf einen besonderen Pferdefuß unseres herrschenden Machtapparates ich Sie hinweisen sollte. Hinweise dazu gab ich Ihnen schon in früheren Beiträgen. Es handelt sich speziell jetzt um unser Gerichtswesen, besser ausgedrückt um unser Gerichtsunwesen. Meine Damen und Herren, die Sie politisch interessiert sind, ich grüße Sie heute wieder aus dem Fernsehstudio der hessischen NPD ganz herzlich. Wie sagte ein ehemaliger Richter am Landgericht Stuttgart mit Namen Fasel in einem Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung? Zitat, er hat so viel Rechtsmanipulation erlebt an seinem Landgericht, dass er nur noch Egel vor seinesgleichen hat. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie als Angeklagter sind solchen Egelmenschen am Gericht ausgeliefert. Da muss es Ihnen doch schon vor Verhandlungsbeginn speiübel sein. Mein Wahlspruch gemäß meiner Lebenserfahrung lautet deshalb, am besten, man ist gesund, hat sein Auskommen und hat mit Medizinern und Rechtsanwälten in unserem Lande nichts Unangenehmes zu tun. Doch zurück zur Horrorwirklichkeit unseres Rechtssystems. Im Gerichtsverfahrensgesetz des Reiches gab es den Paragrafen 15 und der hieß, Zitat, die Richter sind Staatsrichter. Bis 1955, bis zu unserer Rechtlosmachung, hatten wir einen Staat. Bis dahin galt der Paragraf 15. Dann wurde er ca. 1950 aus dem Gerichtsverfassungsgesetz herausgestrichen. Der Paragraf 15 existiert nur noch als Luftnummer. Da wir den also nicht mehr haben, sind folgerichtig die Richter keine Staatsrichter mehr. Ja, folgerichtig müssen Sie also Privatrichter sein. Für diejenigen, die dies noch nie gehört haben, nochmals die Wiederholung. Unsere BRD-Richter sind Privatrichter. Aber so werden Sie als fähiger Denkmensch nun sagen, wieso gibt es denn Artikel 101 im Grundgesetz? Und den zitiere ich, Ausnahmegerichte sind unzulässig. Ist aber nicht ein Privatgericht ein Ausnahmegericht? Zwischen Papieranspruch, also Artikel 101 Grundgesetz und Realitätswirklichkeit, das heißt Privatgericht, besteht also eine tiefe, tiefe Kluft. Unser Gerichtswesen ist aber noch weitaus skurriler und rechtlich falscher verankert, als Sie es für möglich halten. Mit den sogenannten Bereinigungsgesetzen vom Besatzungsrecht in 2006 und 2007 erlassen, wurde das Besatzungsrecht in vollem Umfang wiederhergestellt. Sie glauben mir nicht? Nein, Sie wollen mir nicht glauben, denn Glauben ist auch süßer und einfacher als Wissen durch Denkanstrengung. Prüfen Sie die Bereinigungsgesetze doch selbst. Ich mache es Ihnen aber leicht. Ich zitiere den Volker Schöne. Der ist von der Gewerkschaft der Polizei. Der ist ein Mann des Machtsystems. Was sagt der? Ich zitiere. Im Übrigen wurde im Zweiten Bundesbereinigungsgesetz im Rahmen einer doppelten Verneinung zum Besatzungsrecht jenes wiederhergestellt. Aus dem Besatzungsrecht abgeleitet muss jeder Richter eigentlich im Verwaltungsgebiet BRD, um als Richter tätig sein zu dürfen, an einem BRD-Gericht eine Lizenz der Alliierten vorweisen. Die Richter brauchen eine Sondererlaubnis von den Alliierten für ihre Tätigkeit. Die hat aber kein einziger Richter in der BRD. Auf diesem Betrugsfundament, auf diesem juristischen Luftfundament baut sich das gesamte Gerichtswesen dann auf. Im Wissen um diese Falschordnung sollte es Ihnen wie dem Richter ade Fasel gehen. Ich hoffe, auch Sie haben mittlerweile massiven Egel vor diesem Richterstand. Auf dem Papier steht wohl, gemäß Artikel 101 Grundgesetz, niemand darf seinem gesetzmäßigen Richter entzogen werden. Das heißt, gemäß Geschäftsverteilungsplans müssen die Richter noch obendrein den anfallenden Fällen zufallsmäßig zugelost werden. Diese Vorschrift wird aber an den allerwenigsten Gerichten in der BRD eingehalten. Damit habe ich Ihnen eine weitere juristische Willkürgrundlage dargelegt. Toll, unsere Rechtsordnung, nicht wahr? Deshalb kann Ferdinand von Schirank zu Recht sagen, unsere Demokratie hat einen entscheidenden Webfehler, nämlich den, dass die Oberen sich nicht an ihre eigenen Gesetze halten. Ich habe dargelegt, dass Sie sich gar nicht daran halten brauchen, denn Sie haben willfährige Richter, die, obwohl oder weil illegal tätig, das heißt ohne alliierte Lizenz, im Auftrag der Innenminister die Untaten von oben schon mit dem nötigen Rechtsglorienschein versehen. Falls Sie, lieber Zuhörer und Zuschauer, früher im festen Glauben verankert waren, dass wir in der BRD doch ein solides Rechtssystem hätten, so habe ich hoffentlich jetzt Ihren Glauben an das BRD-Justizsystem gehörig erschüttern können. Falls Sie Ihren Gehirnkasten richtig angestrengt haben und nicht abgeschaltet haben. Tja, dann gab es da noch einen Unrechtsvolltreffer in unserem Gerichtssystem. Es wird nach Admiralsrecht gerichtet. Der Richter ist mit absoluter Gewalt ausgestattet, wie ein Kapitano auf hoher See. Sobald Sie ihm die Treuhand abgenommen haben, und wann haben Sie dies so getätigt? Na, dann eben, wenn Sie Ihre Personalangaben bestätigt haben. Sind Sie die Person XY, so fragt der Richter. Sobald Sie Ja sagen, sind Sie hilflos dem System ausgeliefert. Der Richter hat dann Kapitänsrechte wie auf hoher See. Toll wie in einem Tollhaus, werden Sie jetzt sagen. Ja, und besonders toll, wenn man es als tüchtig ausgetüftelt betrachten wollte. Dieses System hatte ja 70 Jahre Zeit, so ein ausgeklügeltes Rechtssystem aufzubauen. Und zu guter Letzt, werden Sie vor Gericht als Mensch oder als Person abgehandelt. Was meinen Sie? Ich darf Sie aufklären. Eigentlich müssten Sie nach den bisher geschilderten Grundlagen von selbst draufkommen. Sie werden als Person abgehandelt, als juristische Person, genau wie der Personalausweis Sie nämlich ausweist. Als juristische Person sind Sie eine Sache, ein totes Wesen, eine Handelsware. Es gilt hier obendrein das Handelsrecht. So, jetzt habe ich Ihre maximale Erfassungsgabe wohl ausgereizt. Ich will zum Schluss kommen, das Urteil ergeht im Namen des Volkes. Ja, welches Volk kann da nur gemeint sein? Bis 1950 ergingen die Gerichtsurteile im Namen des deutschen Volkes. Heute heißt es nur noch im Namen des Volkes. Das lässt aller Fantasie freien Lauf. Sie waren tapfer. Wir denken, Widerstand tut Not. Ändert solche Rechtsgrundlagen. Lasst das Deutsche Reich als Staat neu entstehen. Schafft die Trennung der Gewalten und damit erst die Grundlage für eine richtige Demokratie. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Durchhalten. Bis zur nächsten Bildungsinfo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017